rekt 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 direkt oh mein gott oh mein gott fucking nein hallo leute ich bin's golden game wieder mal auf der startseite von ziterbio und ja ok hier wird wieder was geändert hier gibt es jetzt so ein high quality low quality button wir spielen auf high natürlich lasst mal den bomb wechseln von brasilien auf wenn ihr mal diesen hier ja auf jeden fall erst mal wieder und dann schönen clan ups falsch rum clan tag ja so das bin ich es ist jetzt 35 minuten nach 19 uhr oh oh lol ein zeichen um ins spiel einzuloggen das ist cool denke ich vielleicht sehen wir halt einen von euch mal hier immer ganz nett agario sachs ja das stimmt bestimmt meint der in der top ten der jetzt tot ist anscheinend okay wir haben schon fast übrigens die 100 abonnenten erreicht wow muss ich dann nur zu sagen wow mega mega geil das ist echt schon eine leistung die mir da erbracht hat mega gut ha ha rekt 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 direkt oh mein gott oh mein gott fucking nein dieser lade 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 verbind dich mit dem server ist hier jemand den wir kennen vielleicht unterwegs es ist so spät ich glaube aber er nicht aber ist ja nicht so schlimm Du bist dumm. Fick dich Junge. Mann, das Laden dauert auch für lange jetzt. Soll das das im Update inbehalten sein hier? Oder war's los? Hier, das hat ja nie gemacht. Wollt ihr etwa, dass es länger dauert? Okay. Joa. Wir sind auch schon bald bei der 15. Folge von Ceterion. Auch ganz nett. Lalalala. Jetzt ein paar Sachen hier absnicken. Und weg hier. Nice. Hupp. Und er ist tot. Da 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 da. Nice. Sehr geil. Uh. Nope. Fick dich, Alter. Wäre ich, glaube ich, langsamer gewesen, dann wäre mich reingeflogen, glaube ich eher. Aber, ich habe leider nicht so schnell reagiert wie, Alter, was? So, lebst doch. Lalalala, komm her. Ich nehme es mit dir auf. Hä? Komm. Helfe doch mal gegen mich. Dankeschön. Danke. Nice. Nice. Ja, die Kleinkünste sind auch ganz befriedigend, würde ich mal sagen. Wo ist denn die da? Die Mitte, die ich da hätte. Ich bin voll weit weg. Diesmal keine Nachricht bei dem Längsten. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht bei den Nachrichten. Wann der Längste ist. Ob das dann im Hauptbund irgendwie angezeigt wird, ich schätze mal. Nice. Nice. Krass. Krass. Also so einen großen würde ich auch gerne mal. Alter. Yo, getwreckt. Yo, noob. Ausgewichtigt wie ein Sahnehäubchen. Was nicht ausweicht. Deswegen. Krass hast Geo. Oh. Mein Gott. Nice. Oh mein Gott. What the fuck? Wer ist ausgewichen? Wir beide. High five, Bruder. High five. High five, Turkey. High five. High five. High five. High five. High five. High five. Mach mal, pfeifle mit mir. Komm. Komm, do it. Do it. Do it. Du Wildfist. Ich weiß es. Komm. Komm mit. Komm. Do it. Boah, du Angsthase, Junge. Dann renn halt weg, Alter. Da. Mensch. Geh ich halt jemand anders hier holen. Wie wärs mit dem American Typen hier? Hoppala. Darf ich mich hier mal eindrängen? Ich glaub schon. Ich glaub hier stirbt da jemand. Ich hab das dumpfe Gefühl, das ist so. Zum Beispiel du. Haha. Hahaha. Ich hab die Länge ausgenutzt von den anderen. Nice. Umgebungsausnutzung, ja. Komm schon. Geh drauf. You sucky. Fuck. Irgendwas. Okay. Nice. Lalalala. So. So. Ausgewichen. Rexer. So frech, Junge. Okay. Lionel. Merci. Hey. Yay. Danke für das Futter. Yay. Danke. Bruder. Du bist jetzt ganz so klein, weißt du das? Du bist ein Nichts, da kann ich mal sprinten, yo. Oh. Oh mein Gott. Wie dumme Leute sind. Und ich sneaks mir weg. Mega episch, Leute. Ich glaub da will mich immer noch, oh. Meins. Ich lass nichts von meinem Elden abhaben. Oh. Ah. Okay. Alles klar. Alles meins. Auch das da. Und Dua Elds auch noch. Ja nice. Ich bin gleich in der Top 50, Junge. Bin ich schon. Ja, geil. Top 50 voraus, Junge. Alter. I kill everyone, Junge. So good my English. Meins. Meins, Top 40, Junge. Der Regenbogen-Typ könnte auch mal sterben. Wird ganz schön geil, Alter. Komm her. Oh mein Gott. What the fuck. Komm schon. Fick dich, Mann. Ohne Spaß, Mann. Das wär die perfekte. Trickfange, Junge. Komm her, du Milch. Nice. Boah, ihr Pisser, Alter. Ich hab ihn gekriegt für euch, Mann. Lad schneller. Lad. Schneller, Mann. Was soll denn das? Nicht schon wieder, ne. Junge. Ich kill diesen großen hier zu. Oder ich kill den. Nice. Damit hat er nicht gerechnet. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Die Farbe bringt Pech, ah ja. Wir nehmen den, den, den hier. Weil er nen Baum er hat. Yay, Baume. Das ist mal was Neues. Hallo, Franz. Franz. Hey, ich red mit dir, hey. Ah. Disrespect. норм Gluter. Versprek. Feine Länge von 10. Okay. Willst du mich? Ich will dich auch. Komm. Lass es uns, ja. Jetzt beenden. Der epischle Fight mit Lexio. Oh, den will ich haben Oh, geil Komm her Komm her, du Gelber Okay, dann nehme ich halt du deine Scheiße Ey, na Ey Ey Oh Okay, der Gelbe, der flitzt hier lang Oh, der ist nämlich jetzt ein gelben Alter Boah, was ist denn das für ein Typ, man Der flitzt noch, oh, man Das ist voll schwer heute Alles Profis hier Die meisten nicht Nö, man Mich kriegst du nicht Ah, fick dich, man Heute habe ich echt mega Pech, man Ist echt so Heute ist nicht mein Glückstag Ausweichen Hier zwischen den Fetten Rumkriechen Hey, na Der deutsche ist bestimmt weit oben Nope Nope Oh Getwagged Oh, lags Lags für alle Ja, Freefall Was, man Es hat gelaggt, Junge Ich wollte eigentlich nur so ran Damit er da nicht durch kann Das ist echt ein nicht erfolgreiches Video Das ist so was wollen Scheiße Da, der ist doof, man Ich bin sonst so Motiviert und so Und jetzt ist alles sehr kacke Oh Mann Hey, komm her Komm her Komm her Komm her Komm her, ich kehre dich Dich kehre ich auch Ja Ja dich denn, die kehre Ich kehre den blauen hier Komm her Ja. Hörn hee. Hmm. Hmmmm Nope Oh Rangener Alter So close Oh, der Nieder nennt ihn wichtig Ja, der macht ja gar nichts, ne? Der will hier nur seinen Spaß Ui Ui Tja, let's do it Komm Hehehe 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 Ich gehe einfach, der kleiner wird immer größer und größer Oh, da ist ein Gäber Er sieht nicht so aus, als wenn er viel kann Fuck Mann Ja, okay Heute mal ne etwas unerfolgreichere Folge Traurig, aber Ihr müsstet mir helfen, warte ich da Beim nächsten Mal vielleicht Sehen wir uns dann wieder Heißt der Terrio, zusammen 19 Uhr Etwas über 19 Uhr, schätze ich mal Und dann, ne nicht 19 Uhr, morgen Muss ich früher aufnehmen Ich schätze mal, ich nehme um 3 auf, ja Um 3 nehme ich auf Damit ihr's wisst Alles klar Okay, dann ist ja gut Wir sehen uns morgen Bei einer neuen Folge Liked es, wenn es euch trotzdem noch gefallen hat Und abonnieren nicht vergessen, um die Folge morgen und die nächsten Tage darauf Nicht zu vergessen Bis dann Und haut rein